Beim bereits zuvor behandelten Austausch von Nachrichten können zusätzlich Einschränkungen hinsichtlich der Zeit und spezielle Bedingungen definiert werden. Sehen wir uns jetzt gemeinsam an, wie die Spezifikation von Zeiteinschränkungen und Zustandsinvarianten erfolgt. Wir starten mit der Angabe von Zeiteinschränkungen. Das heißt, es ist möglich, den Zeitpunkt, an dem eine Nachricht versendet werden soll, anzugeben. Man kann diesen Zeitpunkt absolut angeben, das heißt den genauen Zeitpunkt wie 12 Uhr mittels at 12 oder ich kann es relativ angeben zu einer vorhergehenden Aktion und das wäre nach fünf Sekunden, also after five seconds. In dem Beispiel hier haben wir die Nachricht Send Newsletter und die wird immer genau um 12 Uhr versendet. Ich müsste nicht einen genauen Zeitpunkt festlegen, sondern könnte auch ein Zeitintervall angeben, das heißt hier 12 bis 13 Uhr, das heißt dann wird die Nachricht im Zeitintervall versendet. Zusätzlich gibt es noch vordefinierte Aktionen zur Zeitberechnung. Da hätten wir einmal Now um die aktuelle Zeit zu ermitteln und Duration um die Zeitdauer der Nachrichtenübertragung zu berechnen. Egal ob ich Now oder Duration verwende, ich muss das Ergebnis immer einer Variablen zuweisen und diese Variable kann ich dann in folgenden Zeitausdrücken verwenden. Sehen wir uns das am Beispiel an. Hier geht die Nachricht Post ein und den Zeitpunkt des Eingangs berechne ich mit Now und weise das Ergebnis der Variablen T zu und T kann ich dann in einem folgenden Zeitausdruck verwenden. Das würde hier bedeuten, dass fünf Zeiteinheiten nach T die Antwort gesendet wird. Zusätzlich kann ich noch zeitliche Abhängigkeiten zwischen Ereigniseintritten definieren. Hier wird definiert, dass zwischen Post und Inform maximal zwei Stunden vergehen dürfen. Zusätzlich zu den zeitlichen Einschränkungen kann ich auch noch sogenannte Zustandsinvarianten angeben. Eine Zustandsinvariante ist eine Zusicherung, dass eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Sollte diese Bedingung nicht erfüllt sein, so führt dies zu einem Fehler und es wird nicht weitergearbeitet. Entscheidend ist, dass eine Zusicherung, wir haben hier drei Beispiele, immer einer bestimmten Lebenslinie zugeordnet wird. Und diese Zustandsinvariante, diese Bedingung, wird immer vor der nächsten Ereignisspezifikation überprüft. Das heißt, im ersten Falle hätten wir hier die Zustandsinvariante Enrolled. Es handelt sich dabei um einen Status, in dem sich der oder die Studierende befinden kann. Und bevor ich mich zu einer Prüfung anmelden kann, wird überprüft, ob der die Studierende eingeschrieben ist oder nicht eingeschrieben ist. Ist sie nicht eingeschrieben, so führt dies zu einem Fehler. Zweite Form einer Zustandsinvariante haben wir hier. Das heißt, hier wird in geschwungenen Klammern eine Bedingung angegeben. Und in diesem Falle würde das bedeuten, wenn das Prüfungsdatum bereits überschritten ist, führt dies zu einem Fehler, weil man sich nicht mehr für die Prüfung anmelden kann. Die dritte Form der Angabe einer Zustandsinvariante ist mit Hilfe einer Notiz. Und diese Notiz, die eine Bedingung spezifiziert, wird an einen bestimmten Punkt in der Lebenslinie zugeordnet. Und auch hier wird mit Registration Possible überprüft, ob man sich noch anmelden kann zur Prüfung. Und wenn die Registrierung nicht mehr möglich ist, führt dies wiederum zu einem Fehler. Wir wollen auch noch einen kurzen Blick auf das Konzept einer Interaction-Reference werfen. Eine Interaction-Reference dient dazu, um das Verhalten eines gesamten Sequenzdiagramms als Teil in einem anderen Sequenzdiagramm aufzunehmen. Wir haben hier als Beispiel das Sequenzdiagramm zur Anmeldung für eine Prüfung. Und hier ist zu Beginn ein Block spezifiziert, wo auf ein anderes Sequenzdiagramm verwiesen wird. Das erreiche ich, indem ich das Schlüsselwort REF im Fünfeck im oberen Winkel des Blocks angebe und dann auch noch den Namen des entsprechenden referenzierten Sequenzdiagramms in diesem Block angebe. Das heißt, wir haben eine Referenz auf ein Sequenzdiagramm Login. Dementsprechend gibt es ein anderes Sequenzdiagramm, das im linken oberen Winkel spezifiziert, dass es sich um ein Sequenzdiagramm handelt, SD, und eben diesen Namen Login trägt. Das bedeutet gleichzeitig, dass das komplette Verhalten hier, das gehe ich nicht näher ein, weil da brauchen wir auch noch Kenntnisse über kombinierte Fragmente, dieses Verhalten wird an dieser Stelle eingeführt. Das heißt, die Nachrichten in diesem Diagramm werden hier zuerst ausgetauscht, bevor noch überhaupt Register ausgeführt wird. Soweit zu Zeiteinschränkungen, Zustandsinvariante und Interaction Reference. Um komplexere Abläufe wie durch Bedingungen, Schleifen und so weiter zu modellieren, braucht man kombinierte Fragmente. Um diese geht es in den folgenden Videos.